ich heiße ich heiße ich heiße ich heiße oh no 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 na die sterben alle schon weil die da das ist doch scheiße hier welchen punkte das steht schnell zum ziel die versuchte seit stunden hier durchzukommen das stück gut gemacht das ist es ist okay wir müssen ja eh fünf typen reinschmeißen oder hast du die trofäe schon bekommen ich hab das alles ah ja ist klar natürlich die klatschen alle an der wand auf den ständen ich werde es sicher ist einfach nicht schlau ich krieg das nicht hin ja musst du ja dem später mal machen ich bitte marsch ja nicht mein problem wenn du nü 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 wirft er die so weit ja 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 aber man muss irgendwie echt gefühlte 100 typen da reinschmeißen das hat sich immer noch nichts getan hier sind natürlich schon alle getötet er sporte geschenke für waffen die hand dazu erledigen verdammt hier sind noch welche noch eine vom heil gefressen wurde ich glaube der hand das auf dich los ja ich weiß ich hab's geschafft fütterungszeit jetzt kann ich wieder normal spielen ich hab uns 25 bonussekunden erschossen ok hier weg aus dem 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 weg wort der fach wo wird der fach dann der fach dann nö nö kenn ich nicht nö mach ich nicht mord im dschungel ja begleiter irgendwie tiger es ist jetzt freigeschaltet doch da traurige panda himmelsfahrt Prozent dringend sind k k er als Sitz was hat denn ich höre doch da ist er doch fast es kann so kann auch kurz vorgürt muss erst mal landen ich bitte nicht erloben freundlich gelandet ist Prozent ich 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 sage das Wien und die zu holen als Schaffer zu vermitteln durchschnittliche Finderpücher er kommt der Witter aber er kommt er auch er hat er gilt gut da war das schon erwartet aber ich muss wieder wusste ich bis zu es ist ein ganzer feiner wie vor es ist ein ganzer feiner wie vor Nein! Danke! 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 Danke bist der Genki! Danke! Dein Genki ist scheiße! Was ist eine große Hilfe Genki? Glaube ich Ist der Marsch der Welt mann Stell mal vor da wären wir jetzt hingefahren Oh da war eine Sternstuppe! Hast du was gewohnt? Willst du nicht mal was sagen zu dir seit tollen Skyline? Da haben wir noch gar nichts zu gesagt zu der tollen Skyline Hier von dem Oh der Sternstuppe! Das ist wunderschön gewesen Skyline Skyline zum Sportstein Oh Zuerb auch für diesen Pseudogangsterscheiß Kannst du ja sonst wunderschönen Kannst du ja sonst wunderschönen Aber Bustier verdient doch so viel Geld Der ist doch voll Gangster jo Der weiß weiß wie das Gangsterleben abgeht Holy shit! Holy shit! Mein Peter hat mich gerade vom Ausstagen erschlagen What the fuck! Gibt's doch nicht! Ich bin gelandet Ich bin gelandet Oh what the fuck man Holy shit! Das ist so gut Du musst alle Ringe fliegen Das ist mal eine Chiefwand Das zweite wäre dann alle Maskottchen auf dem Dach zu erledigen Du kannst auf den ganzen Tigerballon kriegst du einen Aufwind Oh Gott! So! Erster Dach! Erstes Dach! Hier unten ist doch ein Dach! Ja! Du musst auf den Blanken So! Dort wo überall die Maskottchen sind Ich hab ne Kettensäge Ja! Aber wieso haben wir Kettensägen? Um die Maskottchen zu töten Ja! Ja! Aber wieso hat man im ganzen Spiel keine Kettensäge aber hier? Weil die ersten in diesen Ärenden hinzugefügt worden ist Gibt's hier als Waffe? Ich glaub nicht oder? Super ethical Und Du musst aber wieder vom Dach runter Weil nämlich irgendwann einfach so ein beschissenes Zeitlimit ist Was machst du denn da? Äh? Ich flieg durch die Ringe Ah! Ich dachte du würdest auch noch das mit dem Maskottchen Nein, durch die Wand aber okay Wie? Hier hab ich doch Oder gibt's mehr Du musst eine Maskottchen auf den Dächern erledigen Es gibt mehrere Dächer oder was? Ja! Ach! Scheiße, ja Deswegen gibt's mehrere für diesen Hunter Oh mein Gott Dummeer Spasten, Alter Bist du wenigstens im Kreis gelandet? Ja 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 gut, das ist das Dann bisschen mehr genug ganzen Dings Das machen wir aus Ja, es gibt dann eine zweite Mission Es gibt dann eine zweite Mission Es gibt dann eine paar Mission Du hast du übrigens schon gelandet, oder? Ja Ah, interessant, weil es hat also noch nicht ausgezählt Das heißt, ich könnte vielleicht Für dich Das ist so tief Und beim Flug retten Warte mal Wauah Shit Ja 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 Wie viel ja da da ist das wer auch ein trauriger Ponder so scheiße stoppt und zum Haus auf oder um die Hörer Spürt den Traum meiner Kaltansäuge! Hör auch mitmachen! Top of Cool! So! Jetzt da rein! Wow! Kamerad! Danke, Mann! Das war extrem scheiße! Ah, letztes Maskottchen-Dach! Ah! Oh, ihr wollt mich verprügeln, ihr Bierflaschen! Okay! Dann kommt doch mal der Herr! Dann ist ich jetzt... Dann ist ich jetzt schön weiter meine Trauben... Ja, Weintrauben! Ja, was? Ja, Wein! Weinen! Haha, Weintrauben, der ist gut! Ha! Ha! Ne! Aber Pandas essen doch gar keine Trauben, oder? Wow! Ich weiß, wie sie sich das Achievement gekriegt... Äh... Ich weiß, wie sie ist gar nicht schwarzen... Ich weiß, wie sie ist gar nicht schwarzen... Ja! Okay! Haben wir 28.000 bekommen? Ja! Alter! Ja! Okay, mehr Trauriger Panda! Wenn nur einen Traurigen Panda war... Ja, warte! So! Was ist denn der nächste Traurige Panda? Da ist noch irgendwas... Da ist noch ein Trauriger Panda... So, okay! Nein! Wenn ich mitfahren wäre, ist doch mir egal... Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul die die nun und so voll weit von ich bin schon da Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Ach, bin ich. Nein, bist du nicht. Dabei können wir direkt schon wieder die tolle Skyline erwähnen, ne? Das ist ja, das ist ja awesome. Okay. Okay. Das ist da unten die ersten Moschkutsch. Okay. Immer schön den Counter im Auge behalten. 18 Sekunden. Okay. Okay, ähm, ich nehme. Ja, ist egal welchen nehme. Okay. Flaschen. Stirbt. Stirb Flaschen. Scheiße. Stirb Flaschen. Abelio. Huh. Hey. What the fuck man. Huh. Scheiße. Was los. Ich bin runtergefahren. Ja, dann sucht ihr irgendwo einen Ballon. Ja, ich hab ihn gefunden, Gott sei Dank. Es war zwar ein Set Panda, aber... Egal. Alle tot? Ja, jetzt. In welche Richtung müssen wir jetzt? Ah, ja, ich bin schon dahin. Ah, hier. Ouh. Gets. Haben wir jetzt alle Dächer? Ah, das ist so. Ah. Okay, ich bin alle... Die Ganky-Wall-Champion Stirb. Dreckiger Panda. Ich kann nicht die. Yay. Ganky-Wall-Champion Und wer auch immer Tammy Tolliver ist Da haben sie jetzt die Stimme hier Von diesen... die Vibe hier dann Die Stimme hier Die Stimme hier Ich habe schon gesehen seit Ping-Pong Polly von Thursday Nights at SafeWall Oh, ich habe das Hey, Bobby, wie wir gehen zu der lief Tammi Tolliver der steht mit unserem neuen Champion Tammi! Danke, Zach Du hast, über die Jahre Sie hatten Ihre Werte Sie haben gesagt, Sie waren auf den Köderen der Menschen von mehreren Werte Ist das eine Vindication für Sie? Uh, absolut Nicht nur für mich, aber für alle die Kinder die Kinder auf der nach Hause denken, dass sie nie etwas aus ihnen machen Ja, ich will nur sagen die Kinder, no matter was, work hard und alles ist möglich Oh, was ein Greates Message zu Ende auf Well, Zach, Ich habe... Ich habe Jahre meine Kraft Murdering Robbing Assaulting More Murdering Light Treason Murdering wieder All so, dass wenn ich meine Schreie ich wäre bereit Das ist enlightening Aber was... Du musst deinen Träumen folgen, Kinder Weil wenn du nicht wirst, wirst du wissen, was passiert Du wirst deine Eltern Wie depressiv wäre das zu sein? Denk an es Ich liebe die Katze einfach LOL Okay, dann Das ist der Genki sehr erfreut Das ist der Genki sehr erfreut Wir haben seine Herausforderungen alle bestanden Nein, oh, warte Warte fuck, woher ich denn? Oh, da, da, Stacking Stacking ist, warte mal kurz Nein, bis auf eine die da noch ist Ich bin in einem Heli drin Wo Wo willst du hin? Ja, noch eine Herausforderung Achso Hä, und was ist das für eine? Schauen wir mal gleich mal Die ist hier freigeschalten worden Davor irgendwann mal Äh? Also muss es noch irgendeine sein die wir davor nicht gemacht haben Wollknäuel oder Genki rumfahren oder Genki rumknäueln oder Genki abknäueln Das kann alles sein Das kann alles sein Ja Aber es ist auch ein sexy Kätzchens-Vorgasmus Den haben wir schon Also haben Warum Hä, warum wird der bei mir nicht als als Hä, okay, dann lass mich das nochmal machen Weil es ist nämlich bei mir nicht als äh abgeschlossen Wahrscheinlich habe ich deswegen nicht dieses blöde Waldkanal gekriegt Achso Das kann natürlich sein Das ist das erste nochmal Hä, keine Ahnung Die Crazy Catman Professor Gang Äöööööööööö. Äh lai. und zu mit mir doch mal alles was irgendwie hier mit existenzberechtigung wie die wie die Autos hier einfach mal wieder nicht kaputt gehen mhm warum wird das nicht als erfüllt gezählt bei mir zumindest nicht versauber ja ja hä 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 was so geil passiert jetzt Willkommen, Dinky Ball 7 fans, to the latest and greatest target, the latest, Will Hans, the first courtesy of that Gretchen Finder! And today's show brings with it a very special surprise, Professor Gash's very old ganky girl, the Sassy Kid, and designed a brand new game for a contestant to play. Oh. Here, tell us more, is our bloodline, and on the street, Tammy Tomler. Thank you, Sack. Thank you, Daniel. But my dick is another pen. It's a pocket. Thank you, Sack. Thank you, Daniel. But your virginity is still active. Thank you, Sack. Thank you, Daniel. But you suck dick. Thank you, Sack.